Lass sie bitte rein, Nanny. Anita, Süße! Wie geht's dir? Miserabel, Schätzchen, wäre geprahlt. Ich fühle mich elend. Wo sind sie? Wo hast du sie versteckt? Nun, sag doch schon, wo sind sie? Wen meinst du eigentlich, Kruel? Die Welpen, die jungen Hundchen. Anstatt zu tuten, sollte er lieber die Hunde holen. Das geht nicht. Du musst leider drei Wochen warten. Sowas lässt sich nicht beschleunigen. Anita, mach keine dummen Witze. Gib Pfötchenhund. Du sollst nicht knurren, sondern Pfötchen geben. Cruella, ist das nicht ein neuer Pelzmantel? Oh, du dummes kleines Aschenputtel. Ich lebe für Pelze. Pelze sind mein Leben. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keine Frau, die nicht für Pelze schwärmt. Ich hätte auch gern einen hübschen Pelz. Aber es gibt Wichtigeres im Leben. Sei doch bloß nicht immer so bescheiden. Ich weiß ja, ich weiß. Dieses kleine Haus ist ein Traumschlösschen. Und der verrückte Roger ist ein verwunschener und stolzer Märchenprinz. Lass das, Cruella. Und dann hast du noch deine kleinen, gefleckten Freunde. Ja. Ja, ich muss schon sagen, es geht nichts über einen schönen Pelz. Magst du einen Tee, Cruella? Nein, ich muss weiter. Lass mich wissen, wenn die Jungen da sind, ja? Das wirst du doch tun, meine Engel. Ja, Cruella. Vergiss nicht, du hast es versprochen. Wiedersehen in drei Wochen. Tschüss, mach's gut, meine Süße. Oh.